Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Voxel Tycoon. Und so wie ich das gesehen habe und noch Erinnerungen habe, gab es den Wunsch, wir sollen jetzt die anderen Eisenbahnbrücken von den Zügen auch doppelt umbauen. Und ich glaube, damit das geht, muss, glaube ich, der Eisenbahnverkehr mal ganz kurz hier eingestellt werden, sodass wir es in Ruhe machen können. Eventuell kann ein Zug, der von Ravenstein und Philipsburg pendelt, der kann bleiben, aber da ist natürlich die Frage, Hof, nee, das geht auch nicht. Na gut, man könnte sonst erstmal den hier machen. Dann könnte die Strecke nach Hof auch weiter bestehen, aber halt nach Bad Larsf ist halt schlecht. Der ginge noch. Der geht auch nicht, der muss auch einmal weg. Also es kam auch die Anmerkung, dass die Signale hier eher ungünstig sind und daher würde ich die auch nochmal wegreißen. So, jetzt muss ich doch im Grunde genommen nur noch, genau, Passagier nach Philipsburg. Was ist das hier für eine Route? Hof nach... Nach Hof, genau, das ist der dann und dann der hier. Das ist Ravenstein, Philipsburg. Genau. Und das ist jetzt der Moment, wo wir mit dieser Brücke hier anfangen können. Ich bin ja gespannt, ob das so funktioniert. Irgendwie ich es mir vorstelle. So, eine Brücke. Das... Ne, eine Brücke hätte ich gerne. Eine Brücke. Fachwerk zweispurig, ne? Genau, so. Hier ist dann wieder diese Zugung, dass das nicht mehr passt. Ne, warum ist denn das eigentlich so? So, müssen wir es vielleicht so machen. Jetzt hatte ich natürlich die Frage, ob das so zählt als Brücke, ob das so funktioniert. So, jetzt müssen wir diese unsichtbare Brücke jetzt einfach dort runter bauen. Genau, so sieht das schon mal gut aus. Und das gleiche jetzt hier drüber. Was hat auch nervt, ist, dass der immer hier die... So, jetzt ist natürlich die Frage, woran scheitert denn das jetzt hier überhaupt? Theoretisch muss das doch gehen. Oder will er das so bauen, dass die Brücken dann auf der... Nee, eigentlich hat eine unsichtbare Brücke überhaupt Pfosten, oder ist denen das egal? Na gut, hier kann ich auch nicht drüber bauen. Können wir uns vorstellen, das Problem ist einfach, dass hier irgendwelche Pfosten im Weg stehen. Könnte man ja mal ausprobieren, ob das wirklich so ist. Ja, weil das geht nämlich plötzlich. Na gut, dann müssen wir es halt schrittweise umbauen. Könnte ich jetzt die Straße hier wieder bauen? Nee, das ist natürlich blöd jetzt, ne? Man sieht es hier nicht so richtig. Unsichtbare Brücke hat aber trotzdem irgendwelche Stützen. Das ist jetzt nicht so der Knaller, muss ich ehrlich sagen. Aber eigentlich, wenn ich mich hier, äh... Wenn ich das nochmal abreiße. Wenn ich mich hier an das halte, muss es doch aber eigentlich... Oder muss ich erst die Unsicht... Nee, das macht eigentlich auch gar keinen Sinn. Gut, ich meine, es käme auf den Versuch an. Wenn ich sage, ich boah erst das Unsichtbare. Geht aber auch nie. Oh, was liegt das an dem Haus hier? Oh, was liegt das an dem Haus hier? Irgendwas ist da. Jetzt kann ich hier wieder ein Stück hinbauen. Könnte ich jetzt wenigstens die Straße hier wieder aufbauen? Nee. Nee. Das ist ja natürlich, äh... Warte mal, würde das vielleicht gehen? Natürlich auch wieder nicht. Oh. Ich glaube nicht, hier ist eine komische... Das so als Kurve. Geht das? Hm, naja. Ich sage mal so, immerhin haben die LKWs jetzt einen Ersatz für die zwei abgerissenen Durchfahrten da. Die muss ich dann bestimmt auch noch dran glauben hier, oder? Das Haus muss weg. Da habt ihr ja was gefordert, ey. Naja. Was macht man nicht alles für die Zuschauer? So. Hier hinten ist wieder was im Weg. Dann ist wahrscheinlich das auch im Weg da. Aber das ist doch eigentlich gar nicht der Sinn von der Brücke. Oh, jetzt haben sie wieder was hingebaut, die Stadt meine ich natürlich. Ich wollte schon wieder eine unflätige Beleidigung von mir lassen. Ah, jetzt. Gut. So, die unsinnbare Brücke, die steht schon mal. Ah, komm, hier kann ich wieder durchbauen. Sehr gut. Da aber nicht. Na gut, dann müssen sie halt hier unten irgendwie durchrödeln. Und da gibt es eine alternative Strecke. wo man noch vielleicht einfach noch ein Stück versetzt nur. Ne, ne? Ich muss doch eigentlich bloß unter der Brücke mal so bauen. Naja. Egal, sag ich da einfach mal. Die unsinnbare Brücke steht. Da geht es auch nie durch. Achso, warte mal. Ich glaube, das Problem kann eher sein, dass das von der Höhe nicht passt an der Stelle, oder? Hm, nee. Okay, mal einfach mal auf den Versuch an. Ach, hier sieht man die Brücke. Ach, hier sieht man die Stützen, wenn man das planiert. Ah. Okay. Aber hier ist eigentlich ja keine Stütze. Das sollte doch eigentlich passen, ha? Dann ist es wirklich bloß die Höhe dort an der Stelle. Warte mal, das könnte man ja... Das geht. Aber das kann ich hier unten nicht anbinden. Oder vielleicht doch, ha? Das nochmal ein Stück zurückbauen. Ne. Ne. Schade. Wo ist eigentlich keine Stütze da? Wahrscheinlich ist die noch ein Stück tiefer, ha? Ja, genau, da ist die. Ja.